Als ob du einen 1&1 gegen Splecht verloren hast, Digga. Meinst du mich? Ja. Ja, aber es hat irgendwie geleckt bei mir. Es soll aber keine Ausrede sein. So, ja. Bei dem 1&1 gegen Splecht, das weißt du ja auch jetzt nicht so gut. Deshalb habe ich mich nur gewundert, wenn du ihn verloren hast. Ach, er ist schon besser als ich. Hm, sag das nicht. Weißt du ja gar nicht. Hat ja geleckt bei dir. Der Fein springt über den Fisch. Auf geht es, Leute. Nein, wir haben es nicht mehr. Ja. Ja. Du hast hier alle fertig gemacht. Bereit machen für einen 1&1. Wenn das schon wieder aussah, wie er mich getötet hat, aber fack. Nix. Da, den weg. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Pardon. Pardon. Ich würde sagen, du hast einen Self-Rest. Du hast auch Self-Rest und eine Drohne, weil die hat einen Loadout. Wenn ich mal Richtung Airport gehe, würde ich sagen, kannst du die Drohne mal benutzen. Ich denke mal, dass bei Feuerwachen so welche sind. Da steht doch ein Heli. Hast du bei Splecht schon 100.000 Kanalpunkte gesammelt oder hast du dir das ergambelt mit Kanalwetten? Ich habe gewettet. Ich habe gewettet. Ich habe gewettet. Nein, ich bin tot. Alter, der Typ meint das sogar nicht so aus. Was meinst du? Was meinst du? Ich meinte nur, dass ich tot bin. Danke. Bist du ein Müdi? Eigentlich nicht. Ich bin heute sogar voll spät aufgestanden. Echt? Wie kommt's? Ich habe nichts zu tun. So. Wie alt bist du? 16. Eine Schule oder so? Doch, aber wir haben morgen und übermorgen bewegliche Feiertage. So. Du hast einen Anschluss auf der tieferung triangles. 1. Auffordungsgemein. 2. 6. 10. 11. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 12. 13. 14. Also, wie kommt es dazu, dass du hunderttausend Kanalpunkte eingelöst hast bei Splash? Guckst du deinen Stream richtig viel, oder hast du einfach über Kanalpunkte so Wetten einfach gerne ganze Kanalpunkte gemacht? Ja, also von beiden hat das Stuttmittags sehr viel Splash, aber ich habe irgendwie vier Wetten miteinander All-In gewonnen. Okay, ja. Sounds, sounds verständlich. Und die Frage ist, schaust du lieber Splash oder Mali? Da lieber Splash. Schaust du lieber Splash oder mich? Dich. Weil die habt ja auch die meiste Watchtime, glaube ich. Ein Pfeil, ne, bist du? Das weiß ich zu schätzen. Oha, hast du gerade ein Herz gesprüht, oder was? Was hast du gesprüht? Prümer? Mach mal eins auf mich. Mach mal eins auf mich. Hm. Ja, hab. Danke. Geh, lass mal hinter. Aber ich guck's schon ums drei Alm zu, so einfach, ne? Ja, klar. Freut mich, lass uns mal den Bound haben. DNA, Leute, kann man ja eh nicht gucken. Ja. Ja, das stimmt. Die haben auch immer so diese easy Lobbys, ne? Dann guckst du in deren Stream und denkst dann so, oh, spiel auch mal. Und dann wirst du hier erstmal in der richtigen Welt gekommen geheißen, ne? Ja. Nice one. Er hat's mit Humor genommen. Ich nehm kurz den Bounty. Bleib kurz jetzt oben. Aber ich muss sagen, Splash, TikTok ist schon eine 10 von 10. Vielleicht TikTok? Findest du? Was mit Magi? Ja. Ja. Also ich hab nur eins von ihm gesehen, alleine. Was mit Magi? Holst du mich ab mit dem Heli? Willst du lieber fliegen oder? Ja, ja. Kannst mich fliegen lassen. Oder du. Wenn du willst, dann kannst du auch du. Wo sind die? Die sind da wieder am Camp. Einer ist 70 da gerade hoch. Einer ist direkt hinter uns. Jo. Okay. 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 Der war aber schlecht. Die anderen sind glaube ich gerade weggeflogen. So schnell hinterher. Heli ist sehr weak. Also müssen gleich rausspringen, wenn die auf uns schießen. Ich glaube die rennen jetzt irgendwo über die Straße. Ja einer ist ja unten. Siehst du ihn da? Ja. Ich frech den Heli. Oh. Hinter mir. Hinter mir. Auf dem Berg. Alter geil. Hinter mir. Irgendwo oben. Einer ist ganz da. Ist das lächerlich ne? Oh jetzt kommen die da. Geiles Timing. Einer ist noch. Dahinter. Genau. Wird von dem Hochhaus angeschneift. Von ZW. Ich hab Geist. Hast du auch Geist? Äh. Ich hab kein Geist. Ne. Ich hab einen knocked von dem. Der ist jetzt hier beim Shop. Vom Shop direkt. Der liegt da. Ja. Ist so ein Source hier. Einer sollte Self haben. Der hat. Wenn der nicht gehackt hat. Bin ich ja ein richtiger Bastard. Nice. Alter. Hat der sehr hackt an. Dieser Typ. Von oben. Von oben. Äh. Stopp vom Dach. Digga. Was ist das hier für Lobby spielen. Hier Bro. Was ist das? Der Typ heißt Clownmaster. Level 1. Ich hab ihn Stunt. Der schießt mich nur auf 1 HP runter. Im Turm sind 4 Gegner. Oder am Turm. Was ist das zum Nachhaken? Ja. Die haben dort immer mal Spaß haben sie. Einfach Shieldbreak. Ein Knock. Und da ist auch noch einer. Ja. Ja. Wir haben da halt einfach nur rum. Der Typ sagt, das ist bisschen weak. Der hat Shieldbreak. Oh mei. Wow. Ich versuch gleich eins zu knocken. Dann können wir rüber laufen. Aufsagszeit abgelaufen. Wir haben das Ziel verloren. Ich hab einen noch. Da habe ich vorüber. Okay nice. Der schießt mir jede Platte weg. Das ist so nervig. I'm chilling. I'm chilling. Safe oben am Cam. Ja. Ja. Da ist einer direkt. Einer ist direkt rechts. Nice. Let's go. Nein. Was ist das halt, Bro? Was ist das halt, Bro? Ich hab das halt. Ich hab ihn gestunnt rein oben. Ich bin völlig cool. Öhhh. Hä? 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 Åh! Einfach alle Pros in der Runde, alle Aber Du und ich haben den Sieg nach Hause gefahren, ne? Und deshalb gehört dir jetzt auch das Schlusswort Ich kann nichts anderes sagen, außer gut gemacht Ja ok, das reicht doch auch, oder? Ja Du auch, was auch gut gemacht Grandiose Leistung wieder Ja, von uns beiden aber, ganz klar Du hast nur 18 mehr Kälte als ich GG, Bro Die Gs Alpinius, grüßt noch jemand? Äh, hab ich ja schon Und ich wünsche dir noch einen angenehmen Stream Ich werde auf jeden Fall den jetzt weiter gucken Ok, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend, ne? Mach's gut Jo, tschüss Tschüss Jo, tschüss Jai akkor Untertitelung des ZDF, 2020